Am Mikrofon Uta Rindfleisch Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Sendung hatte ich von der Fernsehserie Violettes Tuatyu Tian berichtet, die auf einem Roman des Künstlers und Kunsthistorikers Xie Lifa beruht, wobei allerdings anders als im Roman die meisten der Hauptdarsteller fiktive Figuren sind. So zum Beispiel Jiang Yi An, der einzige Sohn des Besitzers des Zehhandels Jiangxi, Jiang Minchung, der auch in das Theater Junglaozo und in ein Restaurant investiert hat. Jiang Yi An hat am Teehandel kein großes Interesse, sondern möchte Künstler werden. Schließlich bringt er sich aber doch in den Teehandel seines Vaters ein und gibt seine Künstlerambitionen auf. Hier zeigen sich Ähnlichkeiten mit einem erfolgreichen Teehändler, der tatsächlich lebte, nämlich Chen Tianlai, der 1891 den Teehandel Zinzi gründete, 823 in das Restaurant Ponglai Go investierte und 1935 das Junglaozo-Theater und das sogenannte Erste Theater erbaute. Während der Teehändler der Fernsehserie gegen die Ambitionen seines einzigen Sohnes ist, den ihm seine dritte Frau geboren hat, hatte Chen Tianlai eine Tochter und vier Söhne von einer einzigen Frau. Da der jüngste seiner Söhne, Chen Xingfen, nicht den väterlichen Betrieb übernehmen musste, ließ ihm der Vater große Freiheiten, seine künstlerischen Interessen zu verfolgen. Diese führten ihn nach Paris, wo er im Alter von 18 Jahren vier Bilder zum Pariser Herbstsalon einreichte, von denen eines angenommen wurde. Nach seiner Hochzeit 1939 begann Chen Xingfen, mehr im Geschäft mitzuarbeiten, schuf aber weiterhin jährlich ein bis drei Werke und diente nach dem Krieg von 1946 bis 1973 als Juror für westliche Malerei bei der Provinzausstellung. Da seine Brüder nacheinander starben, sei er sich 1956 dann doch gezwungen, den Familienbetrieb und andere Aufgaben zu übernehmen. Chen Xingfen selbst starb im Jahr 1987. Das Haus des Teehändlers Chen Tianlai in der Gueda-Straße zwischen der Dihua-Straße und dem Danche-Fluss, das 1920 erbaut wurde, zeigt eine Mischung chinesischer und westlicher Baustile. Im Erdgeschoss des dreistöckigen Gebäudes mit barocker Fassade befand sich der Handelsraum, im ersten Stock ein Gästehaus und im zweiten der Wohnbereich der Familie. Während der Zeit der japanischen Kolonisation wurde dieses Haus als ein Modellwohnhaus gepriesen und sogar für den japanischen Kronprinzen eine Besichtigung dieses Hauses arrangiert. Dieses einst so prächtige Haus stand nun viele Jahre leer, doch nach zehn Jahren zäher Verhandlungen mit den Erben wurde am 28. März dieses Jahres die Aufnahme von Reparaturarbeiten durch die Regierung der Stadt Taipei bekannt gegeben. Diese sollen in drei Jahren fertiggestellt sein, woraufhin das Haus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden wird. Für die Dreharbeiten der Serie Violettes Tua Tütian stand dieses Prachthaus also nicht zur Verfügung, dafür jedoch ein anderes, damals gerade neu renoviertes Teehaus, das Haus des Sinfangchun-Teehandels an der Minshang-Weststraße, das allerdings erst 1934 erbaut worden war, während die Geschichte der Fernsehserie bereits in den 20er Jahren beginnt. Dennoch war die Chance, in diesem Haus drehen zu können, natürlich ein Glückstreffer, denn es ist eines der wenigen gut erhaltenen Gebäude westlichen Stils in Taiwan mit einer Mischfunktion. In ihm waren nämlich das Handelsbüro, eine Tierösterei, ein Lager und die Wohnung der Besitzerfamilie untergebracht. Äußerlich ist es etwas einfacher gehalten als das von Chen Tianlai, aber es wirkt sehr elegant. Die Fassade, die eine Fusion aus Baustilen in Südfuzien und westlichen Baustilen zeigt, ist dreigeteilt, wobei das obere Stockwerk des mittleren Teils einen Balkon aufweist und einen reich geschmückten dreieckigen Giebel, darunter eine Zierleiste mit Mäanderlinien. Bei der Renovierung sorgte der Besitzer dafür, dass die Türen zur Arkade und auch die Fensterrahmen erhalten blieben, sodass sich das heutige Erscheinungsbild nicht vom früheren unterscheidet. Im Erdgeschoss befanden sich das Lager für die fertigen Tees und die Teerösterei, im ersten Stock die Räumlichkeit, in der die Stiele der Teeblätter entfernt wurden, sowie das Lager für die Teeblätter und das Büro, während im zweiten Stock die Ahnenhalle und die Wohnräume der Familie untergebracht waren. Beim kostenlosen Besuch dieses Teehauses erhält man nicht nur einen Einblick in die Teeproduktion, sondern auch in den Betrieb eines solchen Teehandels und die für Tua Tütjan übliche Verbindung von Geschäfts- und Wohnraum. Da der angelieferte Roh-Tee gewöhnlich noch viele Stiele enthielt, begann die Verarbeitung des Tees damit, dass der Roh-Tee in die Entstielungsmaschine geschüttet wurde, um die Stiele und Unreinheiten zu beseitigen. Dieser maschinellen Entstielung folgte ein zweiter Durchgang, der per Hand ausgeführt wurde. Heute befinden sich im Röstraum noch 59 runde Röstgruben, zur besten Zeit waren es jedoch über 100 gewesen. Zum Rösten wurden jeweils etwa 3 kg Teeblätter in einem Bambussieb mit dem Durchmesser der Röstgruben ausgebreitet. Dann zerschlugen die Arbeiter Holzkohle in den Röstgruben und fügten Reißspelzen hinzu, um das Feuer anzuheizen. Durch das Zerstampfen der Holzkohle konnte eine gleichmäßige Rösttemperatur gewährleistet werden. Diese Rösttechnik stammte aus Anxi in der südchinesischen Provinz Fujian, wo auch der Besitzer dieses Teehandels herkam. Der dritte Schritt der Teerstellung war die Sortierung der Teeblätter nach Gewicht durch eine Windmaschine. In dem entsprechenden Raum ist die größte in Fujian noch erhaltene Windmaschine zu sehen. Im ersten Obergeschoss kann man nicht nur Tee trinken, sondern es sind auch Gegenstände zu sehen, die sich im Besitz der Familie befanden und in einem kleinen Raum werden dokumentarische Filmaufnahmen gezeigt, die Japaner während der Zeit der japanischen Kolonisation zum Beispiel von den Umzügen aus Anlass des Geburtstages des Stadtgottes gemacht hatten. Auch der Beerdigungsumzug des Leiters der neuen Kulturbewegung Jiang Weishui ist hier zu sehen, leider ohne englische Erklärungen. 1913 war der Teehändler Wang Fangchun aus Anxi in der südchinesischen Provinz Fujian mit seinem Sohn Wang Lienhe nach Taiwan gekommen und hatte innerhalb des Teehandels Chen Chun in Tuatiu Tian sein eigenes kleines Teegeschäft, den Fangchun-Teehandel aufgemacht, der Baochung-Tee nach Südostasien exportierte. 1918 kam dann die ganze Familie nach. 1919 beendete der Sohn die Zusammenarbeit mit dem Chen Chun-Teehandel und kaufte das Grundstück an der heutigen Minsheng-Weststraße. Der Bau des Hauses wurde allerdings erst 1934 abgeschlossen. In Erinnerung an den Vater wurde der Teehandel dort Sin Fangchun, also neuer Fangchun-Teehandel genannt. Ein Jahr vor dem Tod von Wang Lienhe übernahm dessen Sohn 1974 das Geschäft. Da jedoch in jener Zeit Taiwans Teeexporte stark zurückgingen, vermietete er das Erdgeschoss an einen Möbelhändler. Im Jahr 2004 stellte er den Betrieb des Teehandels schließlich ganz ein und löste auch den Mietvertrag mit dem Möbelhändler auf. Ursprünglich wollte er das Haus abreißen und ein Hochhaus bauen lassen, doch dem kamen zum Glück Denkmalschützer zuvor. Das Haus wurde von der Stadt Taipei unter Denkmalschutz gestellt und zwischen 2011 und 2015 renoviert. Schließlich übergab die Familie Wang das Haus als Spende an die Stadt Taipei, die es 2016 der Öffentlichkeit zugänglich machte. Es ist täglich außer montags zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Bis dann. Das war's.